Frau Seebach, heute können US-Bürger, die in Deutschland leben, ihre Stimme in den Vorwahlen um den US-Präsidentschaftswahlkampf abgeben. Diese Vorwahlen, das ist ein System, das wir in Deutschland so nicht kennen. Wir haben kein Äquivalent dazu. Erklären Sie uns doch mal ganz kurz, wer da was wählt. Also ganz kurz, die Vorwahlen, also die Präsidentschaftsvorwahlen der Demokratischen Partei, das sind eine Reihe von sozusagen Wahlwettbewerbern, also Primaries. Und die sind eigentlich für die Demokratische Partei organisiert, pro Bundesstaat. Und damit werden auch die 3000 plus, also fast 4000 Delegierten für den Demokratischen Parteitag ausgewählt. Diese Delegierten gehen dann natürlich dann entscheiden, wer für das Amt des Präsidenten eigentlich die USA wird. Und diese Woche war ja der sogenannte Super Tuesday. Da waren ganz viele dieser Wahlen an einem Tag in 14 Staaten. Und unter den Demokraten haben sich danach jetzt zwei Kandidaten mehr oder weniger rauskristallisiert. Joe Biden, der Ex-Vizepräsident unter Obama und der Senator Bernie Sanders. Das sind die zwei ältesten Kandidaten und wohl konträrsten im ganzen Rennen. Hat sie dieses Ergebnis überrascht? Was überraschend war, glaube ich, für alle war das überraschend, dieses spektaläres Comeback von Joe Biden. Also das haben mir vielleicht wenige Leute eigentlich erwartet. Das hat er eigentlich nach South Carolina, hat er so ein bisschen Rückenwind. Und er hat tatsächlich, also zehn von 14 Bundesstaaten hat er gewonnen. Das ist jede Menge. Aber der hat eigentlich die, ist es noch nicht entschieden. Also Bernie Sanders ist auch noch dabei, auf jeden Fall. Michael Bloomberg ist eigentlich ausgestiegen. Aber wir haben auch noch eine Frau. Also die Kongressabgeordnete aus Hawaii, Tulsi Gabbard ist auch eigentlich dabei noch. Sie haben es angesprochen, South Carolina, da hat sich so ein bisschen der Wind für Biden gedreht. Warum gerade in South Carolina? Was war da der ausschlaggebende Punkt? Das hat er eigentlich schon angekündigt. Also der hat, glaube ich, der war wahrscheinlich auch überrascht, ich glaube viele Leute überrascht, wie erfolgreich er war. Aber der hat einen Rückenwind bekommen. Der hat für den Bundesstädten, in den südlichen Städten von den USA, hat er eigentlich Unterstützung. Und das hat er auch damit geregnet und das hat gestimmt. Und was, warum, gerade in South Carolina, warum hat er da so große Unterstützung? Woher kommt die? Ja, also die, ich glaube, das ist auch bekannt, dass 60 Prozent von den Wählern in diesem Bundesland, in South Carolina, sind Schwarze Amerikaner. Joe Biden hat, nicht durchgehend, aber Joe Biden hat Unterstützung von Schwarzen Amerikanern. Und das Kandidatenfeld, jetzt ganz am Anfang um die Vorwahlen der US-Demokraten, war ja relativ groß. Mittlerweile haben jetzt viele wieder ihre Kandidatur zurückgezogen. Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, die sind alle raus und sind alle in letzter Minute auch quasi zu Joe Biden-Unterstützern geworden. Nicht alle. Nicht alle, aber viele. War das auch ein Push für ihn? Ja, sicherlich. Aber ich will auch noch dazu sagen, diese große Brandweite von Kandidaten, die im Rennen waren am Anfang, war 23 am Anfang. Also nochmal von Democrats to Pride waren wir sehr stolz, weil wir sind die Amerikaner, die im Ausland leben, sind Vielfalt. Also das hat eigentlich wir sehr begrüßt. Jetzt wird eigentlich bei der Vorwahlen, werden wir jetzt erfahren, wer tatsächlich übrig bleibt. Und wenn wir auf Joe Biden gucken, der ist ja der Vertreter der, sagen wir mal, moderaten, konservativen US-Demokraten und damit zumindest mal in der Außendarstellung gefühlt hier in Deutschland das komplette Gegenteil von Bernie Sanders. Ist Sanders so das radikale Element bei den US-Demokraten? Also das ist die Frage, was versteht man unter Linksen in den USA? Das wird eigentlich viel diskutiert darüber, ob ein Kandidat zu weit links ist, ob der andere Kandidat zu weit in der Mitte gerüchtet hat, also von den übrig gebliebenen Kandidaten. Aber auch einige, die jetzt nicht mehr dabei sind, weil auch die immer hin und her diskutiert sind, die zu weit zu links oder versuchen sie das nur in der Mitte zu kommen. Aber auf jeden Fall, beide Kandidaten, die noch drin sind, aber auch alle von der großen Fläche von den Kandidaten, die dabei waren, verträgen eigentlich die Themen von den demokratischen Parteien. Und die unterstützen eigentlich den Reformen, also sie unterstützen alles, was wir jetzt nicht haben. Und übrigens, das ist, wenn man die Amerikaner fragen, also laut Umfragen, wollen die Amerikaner und die Amerikanerinnen mehrheitlich auch, also zum Beispiel strengere Waffengesetze, wir wollen auch nicht, dass sie für geflüchtete Kinder an der Grenze von der Familie getrennt werden, im Käfig gesteckt. Also das ist, alle unsere Kandidaten stehen auch für eine Krankenversicherung, was richtig eine Krankenversicherung ist. Das ist unterschiedlich von den Kandidaten, wie sie das durchführen wollen, aber sauberes Wasser, saubere Luft, also die stehen eigentlich alle dafür. Da höre ich so ein bisschen raus, Sie würden dann wohl eher der These widersprechen, dass so eine Trennlinie durch die Partei geht, entlang Biden-Sanders. Also spalten die beiden die US-Demokraten oder ist man dann am Ende doch eher geschlossen und zusammen? Unsere Partei spalten uns eigentlich nicht. Also wir haben eigentlich, glaube ich, auch die Wähler, und da kann ich nochmal betonen, Democrats the Pride, also die Amerikaner, die im Ausland leben, wir haben eigentlich schon daraus gelernt aus 2006 sehen. Also da haben wir auch gesehen, das war zwei, so Extremunterschiede waren das nicht, aber zwei Kandidaten eigentlich. Und zum Schluss haben wir gesehen, teilweise haben wir Probleme, wie eigentlich Anhänger dann auf einer Seite geblieben sind. Diese Fehler machen wir nicht wieder, wir halten zusammen. Also Sie erwarten dann noch nicht, wenn jetzt am Ende einer von beiden feststeht, gehen wir mal davon aus, es entscheidet sich zwischen Bernie Sanders und Joe Biden, dass, also egal wer es wird, einer von beiden wird die Unterstützung aller US-Demokraten bekommen. Oder gibt es dann ein Lager, das enttäuscht ist und sagt, dann gehe ich lieber gar nicht zur Wahl? Also ich glaube nicht. Also wie gesagt, es war ein Fehler. Das ist schon, das ist bewiesen. Also das haben wir ein Problem gehabt in 2016. Jetzt haben wir daraus gelehrt, wir halten zusammen. Also Hauptsache gegen Donald Trump antreten. Damit nennen Sie genau den nächsten Punkt. Es ist ja egal, ob Biden oder Sanders, der Gegenkandidat wird Donald Trump heißen auf der anderen Seite. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, am Ende, nicht falsch verstehen, sitzt dann ein alter, weißer, im Zweifel sogar reicher Mann im Weißen Haus, egal wie es ausgeht, mit dem sehr diversen und durchaus doch jungen Bewerberfeld am Anfang der US-Demokraten. Warum sind jetzt Biden oder Sanders die Antwort auf Donald Trump? Das ist eine gute Frage. Also meine persönliche Meinung zählt wahrscheinlich besonders viel. Aber nochmal von unserer Partei, wir sehen eigentlich auch, was wichtig ist, natürlich gegen Donald Trump richtig anzutreten. Beide dieser Kandidaten können es, von mehreren, die jetzt ausgestiegen sind, auch. Die hätten auch gewinnen können, bin fest überzeugt. Aber die Wähler entscheiden und wir sind auch nicht durch. Es ist wirklich viel zu früh, das zu sagen. Also Super Tuesday hat schon eine große Aussage gemacht, aber das ist viel zu früh eigentlich dann, die Endzahlen haben wir nicht. Wir können nicht voraussagen, wer gewinnt. Aber wenn man mal drauf guckt, Pete Buttigieg, Beto O'Rourke, das waren ja jetzt Charaktere, die, ich sag mal, für ein sehr modernes Amerika stehen, auch für sehr, sehr moderne Ansichten. Die sind raus. Ja, stimmt, aber die haben noch keine Chance. Die sind noch beide sehr jung. Okay. Wie geht das ganze Prozedere denn jetzt in diesem noch innerparteilichen Wahlkampf weiter? Also was sind jetzt die nächsten Schritte bei diesen Vorwahlen, die noch kommen? Also auch, was sehr wichtig ist nochmal, wie das weitergeht. Democrats in Brat hat auch unsere Global Presidential Primary weltweit, auch noch in Deutschland, also von dritten bis zum zehnten. Das heißt, in Deutschland von den 43 Wahllokalen sind etliche am Wochenende noch auf. Einige bei ihnen in Saarbrücken, Kaiserslautern, Wiesbaden-Mainsgruppe haben wir das in Wiesbaden und viele haben noch Wahl. Also das läuft bis zum zehnten. Die Ergebnisse von Democrats in Brat haben wir aber erst am 23. können wir sagen, wer gewinnt. Aber wie gesagt, es ist noch viel zu früh zu sagen, wer tatsächlich gewinnt, weil am nächsten Dienstag, muss es sein, genau, am Dienstag, am 10. März, sind wieder Präsidentschaftsvorwahlen. Und da sind etliche Südstaaten dabei, also das ist dann natürlich auch Aussagen. Das sind sechs Bundesländer, davon sind 365 Delegierten, werden eigentlich entschieden. Und das ist nochmal über neun Prozent. Also das wird auch schon was sagen. Florida ist auch eine Woche später, am 7. Florida hat auch viele, hat über 200, das ist auch sehr Aussagen. Und New York und Pennsylvania und einige Ostküsterstädten sind auch erst im April, in der April. Also deswegen, also das läuft eigentlich weiter. Wie ist dann das restliche Prozedere, wenn die Vorwahlen jetzt durch sind, passiert was? Also bis 6. Juni sind die Vorwahlen und dann ist unser Parteitag in Milwaukee, Wisconsin, Mitte Juli. Datum, glaube ich, ist am 12. Juli. Da wird eine Delegierten zusammenkommen und entscheiden. Dann wissen wir, wer gegen Donald Trump eintritt am 3. November. Und dann geht es in die ganz heiße Phase des Wahlkampfes Demokraten gegen Republikaner. Ja, dann ist es, wenn deutet sich gesehen, das Richtige. Sie haben vorhin so im Nebensatz gesagt, Ihre persönliche Meinung ist gar nicht so entscheidend. Sie würde mich trotzdem interessieren. Haben Sie denn einen Kandidaten unter den beiden, die da jetzt ganz vorne stehen? Oder vielleicht noch sogar einen, den man momentan nicht auf dem Zettel hat und warum? Er oder sie ist nicht mehr dabei. Also mein Wunschkandidat oder Kandidaten, also das kann ich nur sagen, eigentlich von den beiden schwer zu entscheiden. Ich weiß nicht, ich wähle auch jetzt am Samstag in unserer Global Primary in Wiesbaden. Ich weiß noch nicht, wie ich wählen werde, weil es ist nochmal so wichtig, dass wir eigentlich zusammenhalten. Hauptsache, dass das gegen Donald Trump im November gewinnt. Ich weiß nicht, wie ich weiß, dass das gegen Donald Trump im November gewinnt.